150 Jahre Reiser, 150 Jahre Unternehmensgeschichte. Eine spannende und herausfordernde Zeit, in der vier Generationen Reiser zu dem gemacht haben, was es heute ist. Alles begann im Jahr 1871. Gegründet wurde damals die Firma Gustav Reiser in Stuttgart und nur ein paar Jahre später, im Jahr 1896, Adolf Reiser GmbH in Böbling. Durch frühe Patentanmeldungen, dem Eintragen der Marke Reiser und der Fusion 1971 zur Reiser GmbH wurde der Grundstein der heutigen Reiser AG gelegt. Früh schaffte es Reiser als Marke wahrgenommen und gesehen zu werden. Überall war Reiser und ist Reiser bis heute präsent. Und heute? Ja, wo stehen wir heute? Heute gehört Reiser zu den führenden Fachhandelsunternehmen Deutschlands. Und das nicht nur im modernen Sanitärbereich, sondern auch für energieeffiziente Heizungstechnik, wassersparende Installationstechnik sowie umweltgerechte Lüftungs- und Klimatechnik. Reiser steht für Wachstum. Mit unseren sechs Tochterunternehmen an insgesamt über 50 Standorten in Südwestdeutschland und Sachsen-Anhalt sowie über 1.800 Mitarbeitern wachsen wir jeden Tag aufs Neue über uns hinaus. Mit unseren hochwertigen Produkten schaffen wir Raum zum Durchatmen und Krafttanken. Dabei steht Reiser für Qualität, Langlebigkeit und Design. Unsere fünf Eigenmarken überzeugen auf ganzer Linie und das seit Jahrzehnten. Täglich beraten wir interessierte Kunden und unsere Fachhandelspartner individuell in unseren 35 Badeausstellungen. Eine professionelle, persönliche Beratung und auch die Betreuung ist eine wichtige Essenz für unseren Erfolg. Denn Partnerschaft wird bei uns groß geschrieben. Wir legen viel Wert auf eine vertrauensvolle und langweilige Zusammenarbeit. Auf Reiser ist Verlass. Mit unserer hauseigenen Lkw-Flotte mit über 150 Fahrzeugen, 24 Stunden Verfügbarkeit, über 32.000 Artikel ab Lager sind wir mit unseren 18 Lagerhallen reibungslos und schnell für unsere Kunden da. Auch in unserer Geschichte gab es Rückschläge. Egal ob Weltkriege, Wirtschaftskrisen oder auch der Brand im Jahr 2014, unseres Hauptlagers in Böblingen. Für uns gibt es immer nur eine Option. Denn Rückschläge treten uns an und bringen uns weiter voran. In den darauffolgenden Jahren entstand unser neues, hochmodernes Logistikzentrum in Böblingen. Mit dem teils vollautomatisierten Lager und unserem automatisierten Warenwirtschaftssystem sind wir schneller, präziser und besser unterwegs als je zuvor. Wir von Reiser scheuen keine Veränderungen und agieren innovativ. Stillstand ist Rückschritt und das sind nicht wir. Gemeinsam schauen wir in die Zukunft und dabei spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle. An ersten Standorten haben wir vollelektronische Autos im Einsatz und in der Fahrradstadt Freiburg sind wir auch schon mit dem E-Bike unterwegs. Einen Großteil des Stroms, den wir verbrauchen, gewinnen wir über die Solaranlagen auf unserem Firmentach in Böblingen. Außerdem ist uns wichtig, dass wir Zeit und Energie in die Weiterbildung unserer Mitarbeiter und Geschäftskunden investieren. Auf eigenorganisierten Events, bei Werksbesuchen und in unserer hauseigenen Akademie wird alles wichtige Wissen rund um das moderne Bad und die ökologische Heizungs- und zeitgemäße Inflationstechnik weitergegeben und sichergestellt, dass keine Frage offen bleibt. Reiser bewegt sich schon immer. Und zu unserem Jubiläum geben wir nochmal richtig Vollgas. Als Highlight sind wir in unserem Jubiläumsjahr mit unserem Show-Truck sechs Monate im Ländle und darüber hinaus unterwegs. Im Truck geben wir Einblicke in unser Eigenserienprogramm und die Chance, einen Blick in unsere Innovationskiste zu werfen. Hinter Reiser stehen 150 Jahre Erfahrung, motivierte und zuverlässige Mitarbeiter, treue Partner und eine Familie, die stets ihren Zielen und ihren Traum folgt. Wir halten an unseren starken Wurzeln fest und sind uns sicher, die Reise ist noch lange nicht zu Ende.